Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play GTA San Andreas, ich bin zu ihr, euer Justin, und ich wünsche euch einen wunderschönen... ...die Sohn, wenn wir doch dachten, wir dachten, ich bin noch nicht sicher, ich denke mal Dienstag. Ich bin noch so, ich bin noch zu nennen. So, you two big backstabbing piece of eggplant shit. Salvatore, nice to hear from you too. You're dead, your friends are dead, your family is dead, I'm gonna fuck you up and your children and your grandchildren. Well, I've been nice talking to you, but I got some money that I spend in all some expensive trash, so if you excuse me. You're dead, dead. Oh ja, schön. Sehr schön. I'm a big start at house. Let's play. So, und dann regeln wir gleich die nächste Mission, die wieder eine Story Mission ist, wenn ich denke, dass es die Mission ist, dass es die, von der ich denke, dass es die ist. Um, ja. Don't hate the little man, cause he's packing the sex sooner. Oh, next. Thank. Thank you? Thank you? Do you know how much balls it takes to stand down here and sing a song like that? It takes guts. I'm sorry, we're just looking for something with a little more mass appeal. than a song like small but perfectly formed. Women want me. Men want to be like me. Assholes. Oh. Gotta be kidding me, right? Damn. This casino game is hard work. I thought it was just a case of opening the doors and letting suckers give you they money. If only. You know what? I'm getting bored here. I'm trying to do business, not audition midgets. People of reduced stature, you mean? Yeah, yeah, I said that. All I know is when are we gonna get some real talent in here? I heard that. Mad dog. CJ. Clean, dude. That's good news, man. Hey, what's cracking? You ready to take it to the stage again? Easy, CJ. Come on, man. One step at a time, you know? I'm almost ready, but... But what? I wanna go home now, CJ. That's cool, man. I'll take you. Where's home? My mansion, baby. Yeah, I heard about that place. Drugs, sex, all that shit. Yeah, you know it, but... Yeah, yeah, I've been there. I... I mean, I've seen it on TV. Yeah. Nice crib. Thanks, player. We could do with a place like that to set up in the LS again. Wait for sweet. Mmm. Get things moving. Get out this midget game. But CJ. Come on, man. What? I saved your life, man. My mansion ain't big enough. Only got 19 bedrooms, you heard? Aight, man. My mansion's been seized. IRS? Nah, not exactly. Who? Nobody. Who, mad dog? Aight, Big Papa. Big Papa? The drug dealer? Man... You got your multi-million dollar mansion to a motherfucking pusher? You know, CJ, these things happen. I was powerless. You fucking degenerate? Oh, man! How much blow can one guy snort? It's not my fault, CJ. Man, I should have let you jump. Come with me, all of you. We all go home. Hm. Yep. Das tun wir. Und schon mit dem Flugzeug. Oh, dieses Riesenflugzeug. Ich liebe dieses Riesenflugzeug. Er würde so gern selber fliegen. Hello? Hey, what's up, Carl? Hey, Kendall, what's up? Nothing. Just thought I'd wish you luck. We're gonna drive back to, uh, San Fierro first. Wanna check things out there before we hook up with you guys in Los Santos. Alright, cool. You be careful. I'll be fine. I got Cesar and Mad Dog to keep me safe. You be careful. Oh, I will. I'll see you in Los Santos. Yep. Me and you gonna go, we have to clear the place out. Good idea. The element of surprise. So the rest of the crew can move in in peace. Yep. Wieder zurück in Vinewood in Los Santos. Back home. Mit Fallschirm. Dort oben wollen wir landen. Wenn nicht, dürfen wir den ganzen Scheiß nochmal machen. Glaub ich. Okay, das war der Startschuss, jetzt geht's los. You've ever jumped before? Nah. You? Nah. When we landen, we're gonna feel invincible. I am invincible. Hey, wait up. Waaaaaaah! Wahoohoo! Woohoohoo! Woohoohoo! um ich glaubt das wird nichts mehr wenn das leise gefühl der fläche doch aber mit nix das wird nix schlägt nicht viel die missionen finde ich gut die 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 so viele latinos die 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 coup sure das Telefonat abwarten die wir gleich kriegen überspringen hier rein und nochmal alles von vorne und dann bei den Zwischensequenzen überspringen tut mir leid, aber ich habe keine Lust so viel Geld wieder für Waffen auszugeben ich meine, jetzt habe ich es ja, aber ich hätte es gerne auch ein Weilchen und würde es gerne nicht sofort wieder ausgeben für Waffen vielleicht landen wir ja dies jetzt mal auf dem Dach Ich bin invincible! Hey, warte! Ja! Wahoo! 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 Heute mal ein bisschen früher ... warum sind sie schneller als ich? Ich verstehe es nicht ... 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 oder was auch immer. Puh, wir haben rechtzeitig weggekommen. Wunderbar. Ähm, mal gucken, ob wir den ganzen Scheiß nochmal machen dürfen. Wenn ja, dann lade ich einen Rund an euch. Eieie, der Pass ist auch eigentlich schon wieder vorbei, fast. Jetzt kommt langsam die Mission, wo ich aufpassen muss, was ich machen, weil ich diese Mission sonst mehrmals mache. Ja. Ich bin scheiße mit diesem Spiel. Geh mir ehrlich zu. Ich kann dieses Spiel nicht. Wenn ich jetzt den ganzen Scheiß nochmal mache, dass da nichts geskippt wird, den lade ich einfach neu das. okay aber nicht ich habe mich auf dem Weg ist nach und wenn sie für das ist der Grund der Falle wir gehen beim Fallschirm fliegen schießen was geht wahrscheinlich nicht also entweder wird man ausgerüstet jetzt sofort oder da liegt irgendwie eine Waffe rum irgendwas muss man ja haben wenn ich keine Waffe habe ist das ein bisschen ungünstig ja 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 das jetzt dauert kann doch wohl nicht so schwer sei eine einzige Mission zu schaffen ne ich bin schon weit über der Zeit ich habe nur eine Mission gemacht und dort ist er so lange Mann und so wie die Lage doch auch nehmen Mann 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 das sind das richtig leicht auf und zum 5 mal Spiegel und schon bevor ja 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 nicht nur die Schutzwestern dann fangen zu schießen nicht vorher mein Leben ist zu fein dafür ja ja schön mit Fallschirm wir sind durch die Gegend hocken viel muss wirklich darauf es uns nix wird ja, ohne Mötzung kann man schlecht schützen das stimmt so deshalb wundert mich, dass ich die letzte die letzte verkackt hab die war gegen ein paar Explosives hätt ich jetzt grad auch nicht die jetzt hab ich sie und heilige Scheiße was ist mit meiner Maus los so und nochmal den ganzen Spaß das ich mein das kennen wir ja schon so munition munition und 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 Okay, it's clear. You want to haul me? Huh? All you fools are gonna die! Oh, yeah. Room clear! Go ahead, CJ. I'll stay and hold the balcony. Oh, yeah. Oh. All of them are going to be here. You're going to be on yourself! You're going to be on yourself! Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. It's so schön here. Kriegen wir ein bisschen Munition. Dann ist Big Popper. You chose the wrong house to rob, fool! Aua! 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 Jetzt schnell ein bisschen nebenholen noch. Keine Verstärkung. Keine weitere Schutzweste, keine weitere Schutzweste. Hier auch nicht, ne? Nope. Erschreckt mich nicht! Ich hab ja gesehen, wozu das führt. Alter, hätte ich keine Manier... Big Popper? Dieser eine Typ hat mich vorhin gelegt. Das find ich extrem peinlich irgendwie. Da ist niemand. Du hast mich echt erschrocken, Jude. Mach das nie wieder. I'm a fuck with you! Na gut, er wird's nie wieder machen, denke ich. Ich denke, er wird jetzt in der Lage sein. Na ja... Hm, hm, hm. Ich hab mir vorher, als wär's gestern gewesen, als... ...wir noch durch... ...Maddox-Willer gestreift sind, um... ...naja... ...sein Reihenbuch zu klauen. Ernsthaft... ...pinkes Auto. Ich kann mich daran erinnern... ...dann ist es immer pinkbar. ... ...bring ihn von der Straße, darunter verstehe ich, töte ihn. Oh, da seht ihr was anders. Ernsthaft... ...Traktoren... Oh Gott, hat dieser Wagen echt... ...kack... ...Handling. Außerdem hat er nur scheiß Farbe. Das kommt noch dazu. Ich mag dieses Auto nicht. Mein Körper hat ein viel besseres Auto. Das ist... ...das war's dann wohl, ne? Du hast Maddox-Willer zurückerobert. Ja... Das Auto hier behalte ich. Ich fahre hoch zum Maddox. Hoppala. Ich will aber wieder anspeichern können. Der Fahrt geht schon wieder... ...40 Minuten auf die heilige Scheiße. Hoppala. Ey, das Handling von dem Wagen ist so kacke. Ja... Der Kopf... ...zies... ...hat viele Probleme... ...ja... ...hohohoho... ...oben hochzukommen. Ist doch im Mikro möglichst nicht wichtig, wenn ich gerade am Fahren bin. Das... ...kommt nicht ganz hoch. Besonders bei so nem... Äh... ...besonders bei dem Handling, dass das Teil hier... ...an den Tag liegt. Blinken nicht vergessen. Okay, ich hab's vergessen. Gut. Und dann speilen wir ab. Ich kann eventuell noch einen anderen Bereich bekommen. Und dann... ...kann wir auch die Garage benutzen? Nicht? Was ist das für ein Wagen? Ein pinker Windsor. Wie werden wir den machen? Ey, Ken. Wie geht's das? Wer ist das? Das Karl. Karl Johnson. Hey, Karl! Great! Guys, es Karl! Great! Fucking great! Fucking amazing! Ich habe eine need für einen Accountant und ein Sound Engineer. Und ich dachte, du und Paul. Fucking amazing! Paul ist großartig mit Figuren, und ich würde einen fucking amazing Produzent. Das ist... Das ist fucking great! Das ist amazing! Ja, ja. Whatever du sagst, man. Aber guck. See you soon. Fucking amazing! Ja, stimmt. Da kommen jetzt erstmal die noch alle rein. Jetzt möchte ich gerne... ...weich... 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 ...wo das ist. Wo ich speichern kann. Oh, hey! Wir haben eine Villa. Mit eine Pool. School, ne? Hier steht die Wald. Pool. Und... Cool. Reimt sich nicht. Nicht witzig. Dann halt. Nicht. Verlaufen und verlaufen. Der Part geht schon 40 Minuten. Ich hab immer noch ein Speichersymbol gefunden. Wahrscheinlich, weil es auf der anderen Seite ist. Das finde ich eher weniger geil. Gebe ich ehrlich zu. Aber hey! Ich hab die... Ich hab diesen Weg gewählt. Also werde ich diesen Weg auch beschreiten. Gibt keinen Ausweg. Töööö tööö töööö... Da! Wir können speichern. Von der Bärchen. Ä pres Mazana noch? 13. Juni 15. Juni bald ist auf den Taglauf 4 Jahre krass einfach nur krass ähm also so ein PC alt 12. Mai 16. Mai echt so lange ist das her schon? ach du Köcke aber was soll's wir sehen uns beim nächsten Mal wieder am Freitag einen schönen Dienstagnachmittag oder Abend noch euer Justin tschö tschö